Gigi Birufio und Dana, fragwürdige Indizien. Hat der Sommerhaus-Fluch wieder zugeschlagen? Hat das Sommerhaus seine Magie nun auch bei Gigi Birufio und seiner liebsten Dana wirken lassen? Die beiden Lover zeigten sich bis jetzt immer glücklich in der Öffentlichkeit. Doch diese Tatsache könnte für eine unerwartete Trennung der beiden stehen. Oje, hat es auch nun die beiden erwischt? Bislang zeigten Gigi Birufio und seine Dana als ein glückliches Paar gemeinsam an der Öffentlichkeit. Doch nun enthüllt Instagram eine erschütternde Tatsache, die all das revidieren könnte. Hat das Sommerhaus einen Kai zwischen die beiden getrieben? Die Sommerhaus-Tragik nimmt kein Ende. Die diesjährige Staffel Das Sommerhaus der Stars kostete schon einigen Paaren ihre Beziehung. Hat es jetzt auch etwa Gigi Birufio und seine Freundin Dana Feist erwischt? Bislang schien alles friedlich zwischen den beiden. Im Sommerhaus zeigten sie sich gemeinsam als Powercouple und auch nach den heftigen Auseinandersetzungen mit Valentina Doronina kreuzten sie gemeinsam beim Filmfighting auf. Auch ihr Einjähriges schien die beiden Torteltäubchen nur noch weiter zusammengeschweißt zu haben. Vor genau einem Jahr bist du mit Blumen zu mir gekommen und hast mir deine Liebe gestanden. Seitdem sind wir Hand in Hand durch gute und schlechte Zeiten gegangen, schwärmt Dana von ihrer großen Liebe Gigi. Doch nun enthüllt Instagram das Potenzielle aus der beiden. Bis vor kurzem beglückten die beiden ihre Fans mit fleißig Liebescontent, doch mit einem genauen Blick in die Follower könnte diese Liebe bereits in den Sternen stehen. Die beiden sind sich nämlich ihren Kanälen entfolgt. Ein Zufall oder steckt da doch mehr dahinter? Ihr gemeinsamer Instagram-Content erweckt jedenfalls noch den Eindruck, als wären sie noch glücklich zusammen. Alle Pächenfotos sind noch vorhanden. Entweder es war nur ein Versehen der beiden, oder uns erwartet in den nächsten Tagen ein heftiges Beziehungsaus. Beziehungsaus.